Hey Leute, der Sturm geht weiter. Im heutigen Video erfahrt ihr, wann und wo die aktuellen Schauspieler und Schauspielerinnen geboren wurden und wo sie heute wohnen. Auch lernt ihr einiges über eure Lieblingsstars kennen, was ihr bisher vielleicht noch nicht wusstet. In der Videobeschreibung findet ihr das Ganze nochmals zum Durchlesen. Ihr könnt mit den Kapiteln an die Orte springen, die ihr anschauen wollt. Ich wünsche gute Unterhaltung und viel Spaß. Nathalie Ellison spielt Rosalie Engel. Sie wurde am 3. Juni 1978 in Wien geboren und lebt heute auch dort. Bereits im Alter von 5 Jahren fasste sie den Entschluss, später Schauspielerin und Tänzerin zu werden. Ihre Ausbildung machte sie am Lee-Strasberg-Theater-Institut Los Angeles. Beim Sturm war sie zwischen Juli 2008 und April 2012, sie legte in den Jahren 2010 und 2011 eine dreimonatige Pause ein, um an der Schauspielschule der University of Southern California weiter zu studieren. Von 2013 bis 2015 trat sie beim Sturm weiterhin gelegentlich in Gastauftritten auf. Seit 2020 ist sie bekanntlich wieder im Hauptcast. Erich Altenkopf spielt Dr. Michael Niederbühl. Er wurde am 4. April 1969 in Wien geboren und lebt heute auch dort. Seine Ausbildung machte er am Preiner Konservatorium Wien. Seit 2008 ist Altenkopf mit Schauspielkollegin Lilian Klebo liiert. Sie heirateten im Jahre 2011 und haben seit März 2014 eine Tochter, Charlie und seit Januar 2017 einen Sohn, Sonny Alessio. Beim Sturm ist er seit 2009 dabei. Hier war er auch als Klavierspieler, Sänger und Tänzer in verschiedenen Episoden mit seiner Rolle eingesetzt. Der Einsatz als Hauptrolle erfolgte bereits durchgehend in über 2500 Folgen mehrerer Staffeln. Christina Ahrens spielt Maja von Thalheim. Sie wurde am 23. Mai 1991 in Bamberg geboren und lebt heute in München. Ihre Ausbildung machte sie am Konservatorium der Stadt Wien. Beim Sturm ist sie seit der Folge 3491 als Protagonistin der 17. Staffel an der Seite von Arne Löber. Dieter Bach spielt Christoph Saalfeld. Er wurde am 9. Dezember 1963 in Köln geboren und lebt heute in Berlin. Seine Ausbildung machte er an der staatlichen Musikhochschule des Saarlands und am Hollywood Acting Workshop Los Angeles. Bekannt wurde er durch die Krankenhausserie St. Angela, die im Vorabendprogramm von Das Erste ausgestrahlt wurde, und durch die Telenovela verliebt in Berlin. Darüber hinaus spielte er zahlreiche Episoden und Nebenrollen in weiteren Fernsehproduktionen. Beim Sturm ist er seit 2017. Merv Chakir spielt Shirin Jalan. Sie wurde am 21. Juli 1994 in Hamburg geboren und lebt heute in München. Ihre Ausbildung machte sie von 2015 bis 2018 an der Schauspielschule Bühnenstudio Hamburg. Beim Sturm ist sie seit Folge 3543. Dirk Galuba spielt Werner Saalfeld. Er wurde am 28. August 1940 in Schneidemühl, heutiges Polen, geboren und lebt heute in München. Seine Ausbildung machte er an der Schauspielschule Bochum. Dirk Galuba ist seit April 2019 in dritter Ehe mit einer Italienerin verheiratet und ist kinderlos. Beim Sturm ist er seit Folge 1 dabei. Über 3600 Folgen Sturm der Liebe hat er also schon gedreht. Wahnsinn! Janine Gaspar spielt Vanessa Sonnbichler. Sie wurde 1992 in Bielefeld geboren und lebt heute in Berlin und München. Ihre Ausbildung machte sie an der Theaterakademie Vorpommern. Beim Sturm ist sie seit April 2020 oder Folge 3369. Antje Hagen spielt Hildegard Sonnbichler. Sie wurde am 10. August 1938 in Petau geboren und lebt heute in Uffing. Ihre Ausbildung machte sie an der Schauspielschule Hamburg. Mit Jendrich, den sie 1966 heiratete und der 1969 an Leukämie starb, hat Hagen einen Sohn, Geboren 1967. Beim Sturm ist auch sie seit Folge 1 dabei. Über 3600 Folgen Sturm der Liebe hat also auch sie schon gedreht. Wahnsinn! Stefan Hartmann spielt Maximilian Richter. Er wurde am 29. April 1990 in Neu-Ulm geboren und lebt heute in Leipzig. Seine Ausbildung machte er an der Volkwang-Universität der Künste in Bochum. Beim Sturm ist er seit 2020 dabei. Pablo Konrad spielt Hannes Fröhlich. Er wurde am 10. Januar 1991 in Santa Cruz de la Palma geboren und lebt heute in Köln. Seine Ausbildung machte er an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, wo er 2015 auch seinen Abschluss machte. Als Schauspieler war er bereits im Schul- und Jugendtheater aktiv. Beim Sturm ist er seit 2021 dabei. Joachim Letz spielt André Konopka. Er wurde am 5. Mai 1956 in Dresden geboren und lebt heute in Murnau. Seine Ausbildung machte er an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Er hat mittlerweile eine erwachsene Tochter aus einer früheren Beziehung, einen Sohn aus seiner jetzigen Beziehung, eine tolle Frau und zwei Enkelkinder. Beim Sturm ist er seit 2007 oder Folge 513 dabei. Arne Löber spielt Florian Vogt. Er wurde am 20. November 1992 in Lüdenscheid geboren. Seine Ausbildung machte er an der Deutschen Sporthochschule Köln und an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg. Beim Sturm ist er seit Dezember 2020 dabei. Christoph Mori spielt Cornelius von Thalheim. Er wurde am 23. November 1970 in Berlin geboren und lebt heute in Falkensee. Seine Ausbildung machte er an der Berliner Schule für Schauspiel. 2014 absolvierte er zusätzlich eine Ausbildung bei Sigrid Andersson als Schauspielcoach. Beim Sturm ist er seit 2021 dabei. Deborah Müller spielt Cornelia Holle. Sie wurde 1982 in Meran, Südtirol geboren und lebt heute in München. Nach ihrer Ausbildung zur Sozialbetreuerin arbeitete Deborah Müller als Altenpflegerin und Behindertenbetreuerin. Danach, von 2006 bis 2009, machte sie ihre Schauspielerausbildung an der Neue Münchner Schauspielschule in München. Beim Sturm war sie 2015 in zwei Folgen als Nadine Breuer zu sehen. Seit August 2020 gehört sie als Cornelia Holle zum festen Hauptcast. Lorenzo Patané spielt Robert Saalfeld. Er wurde am 20. November 1976 in Catania geboren und lebt heute in München. Seine Ausbildung machte er an der Stuttgarter Schauspielschule Manfred Riedel, seither Schauspielschule Live Act. Patané besitzt gemeinsam mit seiner Mutter ein italienisches Restaurant und Weinlokal in Stuttgart. Beim Sturm war er von 2005 bis 2007, von 2010 bis 2011 und 2017. Seit 2018 gehört er wieder zum Hauptcast. Und nun aufgepasst bevor es weitergeht. Wir haben mit Swisskin Protection einen exklusiven Deal herausgehandelt. 50% auf alles, sogar auf das was schon Rabatt hat. Aber eins nach dem anderen, Swisskin Protection ist eine Schweizer Firma, die aber auch nach Deutschland liefert. Sie vertreibt Regenschirme mit UV-Schutz, auch bekannt als Sonnenschirme. Mit diesen Schirmen könnt ihr euch das eincremen sparen und falls es anfängt zu regnen könnt ihr selbstverständlich auch diese Schirme benutzen, wie ein normaler Regenschirm, nur besser. Und preislich top. Kein Luxus, aber einfach nur gut und praktisch. Mit dem Code XXL Vorschau 50 bekommt ihr 50% Rabatt auf eure Bestellung und die Versandkosten sind auch nicht hoch. Link zum Shop ist unten in der Beschreibung. Katja Rosin spielt Selina von Thalheim. Sie wurde 1980 in Brandenburg an der Havel geboren und lebt heute in München, Leipzig und Berlin. Ihre Ausbildung machte sie an der Berliner Schule für Schauspiel. 2014 gründete sie eine Familie, 2016 absolvierte sie eine Ausbildung zur Theaterpädagogin am Sozialpädagogischen Institut Berlin und arbeitete an Berliner Schulen und Bildungseinrichtungen, für das Goethe-Institut und für Theater. Beim Sturm ist sie seit Folge 3451 dabei. Sepp Schauer spielt Alphons Sonnbichler. Er wurde am 5. Juli 1949 in München geboren und lebt in München. Zunächst war Sepp Schauer Gastwirt, bevor er im Alter von 30 Jahren zur Bühne wechselte. Er nahm privaten Schauspielunterricht bei Christine Görner. Sein Glück hat er mit seiner Herzdame Corinna Binzer, 54, gefunden. Die beiden haben sich im Juni 2017 nach über 17 Jahren Beziehung das Ja-Wort gegeben. Beim Sturm ist auch er seit Folge 1 dabei. Über 3600 Folgen Sturm der Liebe hat also auch er schon gedreht. Wahnsinn! 2009 wurde er zum beliebtesten Darsteller der Serie gekürt. Von Folge 986 im Dezember 2009 bis Folge 1033 im März 2010 spielte er zusätzlich die Rolle des obdachlosen Gustl Moosburger, den Halbbruder von Alfons. Welche jedoch nur eine Nebenrolle war. Schauer schlüpfte 2011, 2012 und von Dezember 2013 bis Januar 2014 drei weitere Male in die Doppelrolle. Sven Wasner spielt Erik Vogt. Er wurde am 28. Dezember 1979 in Feuchheim geboren und lebt in München. Seine Ausbildung machte er am Lee-Strasberg-Theater-Institut Los Angeles. Er ist mit der früheren Unteruns-Darstellerin Finja Martens verheiratet, mit der er einen Sohn hat. Beim Sturm ist er seit 2020 dabei. Viola Wedekind spielt Ariane Kahlenberg. Sie wurde am 27. Januar 1978 in Hamburg geboren und lebt in München. Wedekind ist ausgebildete Fremdsprachenkorrespondentin für Englisch und Spanisch. Ihre Ausbildung absolvierte sie bei Inlingua, ihren Abschluss erlangte sie vor der Handelskammer Hamburg. Seit ihrer Kindheit sammelte Wedekind praktische Erfahrungen als Schauspielerin. Unter anderem nahm sie Unterricht bei ihren Eltern Angelika Wedekind. Von 2008 bis 2017 war sie mit dem Schauspieler Jacques Breuer verheiratet. Mittlerweile ist sie mit dem Lehrer Michael Fischer liiert, mit dem sie einen Sohn hat. Beim Sturm war sie von Juni bis August 2016 oder von Folge 2479 bis 2505 in der Nebenrolle der Dr. Friederike Breuer zu sehen. Seit März 2020 oder Folge 3350 verkörpert sie mit Ariane Kahlenberg die Antagonistin der 16. und 17. Staffel. Natürlich kann man über die Schauspieler und Schauspielerinnen noch so viel mehr sagen, jeder und jede hat schließlich ein eigenes Leben gehabt und hat es immer noch. Aber ich denke das Wichtigste wurde hier gesagt, alle die hier erwähnt wurden, haben aber natürlich in viel mehr Serien oder Filmen mitgespielt und nicht nur bei Sturm der Liebe. Je älter aber sie sind, desto mehr Rollen haben sie gehabt. Aber das ist, denke ich, auch klar. Doch auch im Theater waren die Schauspieler und Schauspielerinnen vom Sturm sehr vertreten. Wer mehr darüber und über vieles weitere der Stürmer erfahren will, muss sich leider selbst auf die Suche machen. Ich bedanke mich für eure Unterstützung und wenn ihr Mitglied bei meiner Webseite werdet, würde ich mich total freuen, kostenlos und für unsere eigene Community. Natürlich alles datenschutzkonform, keine Sorge. Abonniert uns doch gerne auf all unseren Kanälen, der Name ist immer identisch. Nur bei Instagram gibt es dazu noch einen Kanal nur für Sturm der Liebe mit dieser Nennung nach XXL-Vorschau als Name. Auf meiner Webseite findet ihr das Ganze nochmals übersichtlich gebündelt. Lasst gerne Feedback da, per Chat oder Kontaktformular auf meiner Webseite oder per WhatsApp oder einfach über meine Social-Media-Kanäle. Unten in der Videobeschreibung findet ihr alle Links, auch die zu unseren WhatsApp-Gruppen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschau-Videos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.